Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Fallout 4. Los geht's! So, zu Beginn dieser Folge wollte ich mich mal um Swan kümmern, der immer noch über meinem Level ist. Und ich hoffe, dass heute... Denn Swan nix nett, so ein Böse. Ah! Wo? So, fassen wir den mal in den Korbeperkopftreffer. Und crit! Bam! Irgendwie glaube ich, dass das auch so ein Behemoth. Behemoth, ne? Ja, ich hab keine Ahnung, wo mein Begleiter mal wieder hin ist. Die scheinen ja nie so lang Bock auf mich zu haben. Ist mal wieder verschwunden. Autsch! Nicht, dass er mir wirklich HP abzieht, aber... ...macht meine Rüstung kaputt. Aber das war's mit Swan! Ja! Und von ihm haltet die Power-Faust, ne? Ähm... Die sieht man ja immer wieder am Ladescreen. Schwanenboot, achso. Ich dachte, Swansboot. War ich schon ein bisschen verwahrt. Aber wenn es da das Geräusch ist, dann ist hier der Gegner, ne? Ach Mensch, da sind sie ja... Ich muss euch aber nicht bekämpfen. Das habe ich nicht nötig. So, warum verarschen mich meine Begleiter jedes Mal? Geht ja gar nicht, klar. Geht immer so gar nicht so. So echt gar nicht. So. Jetzt ist aber der... ...Schwanenteich wieder frei. Weiter abschauen. Oh! Protokoll. Protokoll. Kronen, Lysman, Medix, US Flagge. Oh! Nein! Da habe ich zwar unnötige Sachen aufgehoben. Red-Eggs. In diesem... ...Anzug... ...hängt man echt sowas von wie aus. Oh, ihr seid ernsthaft. Absolut lol, ne? Nein! Aber nicht so low-skillig. So. Ich auch. Seid nervig. So. Und weiter geht's mit... ...der Quest Wiedersehen macht Freude. Bis gleich. So, wir müssen ja wieder zu Piper rein ins Büro. Mir ist auch eingefallen, wahrscheinlich ist mal ein Begleiter da drin. Weil ich ja auch noch Nick Valentine als Begleiter hab. Uuuuch, ne. Der Nick. Na ja, klar. Ich war nämlich einmal hier aus Versehen reingegangen und dann blieb wir hier stehen. ... ... ... ... Hey Piper. Na los. Ich will alles hören. Genau. Sie, ähm, soll uns ja, ähm, helfen, meinen Sohn zu finden. Wir brauchen Hilfe, Piper. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Aber, das ist noch nicht alles. Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Na, warum? Manchmal lassen sie alte Sins zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und jemand reinkommt. Genau. Aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Hm. Nick, du warst dabei. Och. Die haben noch sicher Zugang. Die können rein und raus spazieren. Aber wir wissen beide, dass dieser Ansatz nicht funktioniert. Wir können mit ihm reden. Wie wär's mit einer kleinen Seance? Wenn ich doch nur... Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wär echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Er hätte nichts ausgespuckt. Auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Hm. Hm. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinen Subproteinen? Hör zu. In Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerung. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn sie ein Gehirn nehmen. Wer ein totes Hirn zum Singen bringen kann. Dann Doktor Amari. Meisterin der Erinnerung. Aha. Gut. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Machen wir. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Herrgott, Nick ist... Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Bist du nur ein Teil seines Gehirns? Wir haben keinen Hörn des alten Söldners. Klop an. Ein scharfer Eisportionärer wäre gut. Das schaffst du schon. Aber wir den Hirn trücken machen wir schon nicht. Wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth, Schwertz. Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerung. Wenn ich dich Amari vorstellen soll. Nick mit ihm. Gut. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir's. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Immer ist es wieder so ein Punkt. Und dann ist der Sekt vorbei. So, gefährliche Gedanken. Sprich mit Dr. Amari. Bim! Nein, Piper, ich höre dir nicht zu. Auch gute Leute machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben. Hey, über die Stadt was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Dankeschön, danke. So, ähm. Jetzt geht's nämlich zu Dr. Amari. Die, äh, nämlich genau hier ist. Wunderbar. Ja, ganz interessant. Oh. Darf ich wieder in eine virtuelle Realität? In der virtuellen Realität, ja. Ähm. Einer der Entwickler meint, dass er schon seit 400 Stunden an Fallout 4 sitzt. Ist das Spiel überhaupt schon 400 Stunden draußen? Naja. Also, nicht, dass man sich jetzt so 100% danach richten könnte, aber das Spiel hat auf jeden Fall eine gewisse Größe. Denn er meint, nach 400 Stunden hätte er noch nicht alles entdeckt. Damit kann man natürlich auch meinen, dass man in jedes einzelne Gebäude reingeht. Genau. Aber, aber, trotzdem, diesem Spiel, finde ich, ist es gelungen, ähm, eine große Story aufzubauen und auch ein gewisses Endgame Potenzial aufzubauen. Mit der Tatsache zum Beispiel, dass man endlos weiterleveln kann, ne? Also, ich bin jetzt Level 21 und im Grunde brauche ich Level 200 oder 300, ich denke, insgesamt, glaube ich, ne? 7 mal 10 mal 3, so etwa. Ah. Also, geht immer wieder, ne? Und dann kommen ja noch 4 DLCs, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich beziehe ich auf 4, nicht auf DLCs. Ähm, und die erste kommt, soweit ich weiß, erst im März raus. Ist natürlich noch was hinten, ne? Aber es ist diesem Pass schon bestellt, deswegen werde ich sofort loslegen können. So, wenn das jetzt nicht mal langsam lädt, dann drehe ich aber durch. Ist das nicht schlimm? Immer diese Ladezeiten. Gut, ich mache einen kleinen Skip, bis gleich. Bup. Das hat geklappt. Oh, 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 oh. Ich muss leider... eine Station von mir verteidigen. Worum mal sie ist. Oh, ja, sonst sterben nämlich 2 Leute. Ich gehe da kurz hin und wieder zurück. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Jo, ho, ho. Oh, ich halte schon einiges mehr aus. Boah. Mist, Fee. Oh, nö. Wenn man sprintet, geht übrigens der Kern irgendwie schneller leer. Oh, nö. Das ist ein Barrikade um mir lagern. Super. Ah, weg. Und kranke Geräusche. Ah. Ich dachte schon, das sei so ein Leggeräusch, aber... So, wir konnten an den kühlen Mittelkaislauf auch in Ballung. Ja. Ich gehe auf die Brücke und springe einfach mal mit einer Powerrüstung runter. Da sind immer Umwege, ne? Nein. Nein. So. So gut haut er es da wohl doch nicht hin mit dem Plan. Aber man tut, was man kann. Ich dachte schon, ich müsste alles erneut laufen. Okay, wir kommen der Sache näher. Wir kommen näher. Immer optimistisch sein. Gut. Ich hätte zeigen können, dass wir das Fenster rauskommen. Oh. Ah, wo bist du, Frau Doktor? Er hoeft dann Hilfe. Wer ist jetzt der? Ah. Jetzt muss ich nur noch zwei Gräber ausheben. Ja, da kann man es auch leicht herausfinden. Tja. Scheinbar wirklich. Okay, Institut. Ich habe nur eine Chance bei mir. Eine. Die ich schnell vertan. Wo bin ich? Was zur Hölle? Ich muss ja hier lang. Das ist jetzt ein Test, ja. Ich habe das Gebiet gewechselt. Okay, ich gehe kurz den Eingang suchen. Bis gleich. Das ist gerade irgendwas passiert. Ich bin anscheinend in einer Stadt gelandet. Aus Versehen. Da wollte ich mich was fragen. Du bist nur all das. Du machst da einiges durch. Hm. Hier geht's. Du bist ein Härter. Hat verdammt lange gedauert bis ich eingespielt. Gott sei Dank fand ich Diamond City. Die Stadt ist nicht perfekt, klar. Aber sie ist deutlich besser als ich da oben angefangen habe. Da hatten die Leute natürlich schon genauso viel Angst vor dem Institut wie... Das CPR-Massaker belastete damals alle sehr. Und die Leute hatten noch immer schlaflose Nächte wegen der. Eine Menge Leute hielten mich für einen Saboteur. Der den Reaktor zerstören. Aber sie konnten mich natürlich nicht ein... Hm. Warum haben sie dich an? Weil ich die Tochter des Bürgermeisters... Ein Mädel ungefähr 15. Der Augapfel des damaligen Bürgern. Die junge Miss Roberts entschied sich mit einem... Karawanen-Gehilfen durchzubrennen. Wie sich herausstellte, gehörte der Kerl zu einer Entführerbande. Ich hatte keine Ahnung wen ich da gerettet habe. Bin einfach auf ein weinendes Mädchen und vier Schläger gestoßen. Ich brachte sie nach Hause und der Bürgermeister bot mir Unterkunft in der Stadt an. Eine Menge... Das Leben in der Stadt war anfangs hart. Aber ich zeige immer offen, was ich... Bisschen guter Kerl. War es schwer sich, Heinz? Sie haben es mir definitiv. Ich erledigte die Jobs, die sonst keiner wollte. Als Mädchen für alles in deinem... Aber die Leute vergassen wohl nie, dass ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet habe. Die Frau läuft mit einem Liebhaber davon und nimmt das Mietgeld mit. Ein aufgebrachter Vater entscheidet, dass er mitten in der Nacht unbedingt mit den Kindern nach Gurt. Nach einer Weile hatte ich damit so viel zu tun, dass sie mich... Verdammt, mir machte das sogar so viel Spaß, dass ich die ersten Monate... Ich war zwar noch immer Nick der Sünd, aber die Leute kamen, weil sie nicht... Und zu diesem Zeitpunkt fing alles wieder... Irgendwann begriff ich, dass das Zuhause dort ist, wo man es sich macht. Mit einer langen Geschichte... Also können die Emotionen haben, die sind so... Na sieh mal einer an, der Detektiv! Verfolgst du mal wieder einen Ehemann zu seiner Geliebten? Wieso? Ich bin tatsächlich in der richtigen Stadt gelandet! Uh! Wie nennt man das noch? Ausweichenden Antworten? Gewiss! Und wer bist du, Heinz? Valentines neuer Handlanger? Ich habe übrigens nichts gemacht. Ich bin da runter gesprungen und plötzlich stehe ich in dieser Stadt. Tja... Wir suchen gerade Leute, aber ich glaube nicht, dass du die nötigen... Voraussetzungen hättest. Lass entscheiden! Du siehst aus wie jemand der... Wenn es keine... Altme dumme Arschlöcher vom Leibversicherung ist, habe ich kein Interesse. Sei doch nicht so! Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist! Sonst wirst du... Und wie? Immer mit der Ruhe! Nick Valentine kommt für einen seiner seltenen Besuche in die Stadt und du nervst seine Begleitung mit dieser Erpressungsnummer? Schauen wir mal zu! Freut mich, dich wiederzusehen, Nick. Ein Koch? Was kümmert dich da? Er ist keiner von uns! Einer der Begleiter! Ich habe einen Respekt vor dem Bürgermeister Finn. Ja, ich wurde mittlerweile gespoilert. Du bist schwach, Heinz Koch! Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen! Wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben! Komm schon! Wir reden hier über mich, Mann! Also pass auf! Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen! Alles klar bei dir, Bruder? Wie geht's gut? Danke, dass du dich... Gut! Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht einen Eindruck von unserer Stürmer! Schilliger Typ! Ist aus dem Volk! Für das Volk! Verstehst du? Aha! Hm! Ja, verstehe! Gut! Wenn du cool bleibst, wirst du dich so lange du im Kopf behält! In Ordnung? Ja! Tja! Den haben wir hier! Fahren halt! Nein! Ich muss aber zu... Eine neue Spielfigur in Good Neighbor! Hallo kleiner Bauer! Willkommen zu unserem lustigen... Spielchen! Ja! Danke! 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 So! Hier müsste sie doch sein, ne? Boah! Es ist... Eine äldernde Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten! Wer sage ich nicht? Good Neighbor! Ja, von der Stadt habe ich schon gehört! Ich habe gehört, dass du diesen Rex Goodman vor den Super Mutanten geweckt hast! Anscheinend weiß nicht jeder den Baden zu schätzen! Ne! Ja! Ähm! Neue Stadt für die neue Quest! Ich freue mich! Aber die werde ich alle jetzt nach der Hauptquest-Mission holen! Ich habe übrigens immer noch nicht herausfinden können, wie groß die Hauptstory ist! Sieh an, sieh an! Mr. Valentine! Ich dachte, du hättest mich schon vergessen! Ach, Irma! Die Lüge habe ich verlassen, Irma! Aber dich würde ich nie verlassen! Hm... Amari ist unten, du alter Süßholzraspler! Was ist das? Mr. Amari? Sie ist unten! Zu mir kommt es nicht freundlich! Das erinnert ein bisschen an... ...an die Drogenhöhlen! Mit, 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 mit... Opium! Doch! Opiumhöhlen! Dr. Amari? Ja! Warte mal! Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch! Nein! Mord! Dr. Du musst den Tod selbst heute nicht machen! Bitte was? Ich hätte es etwas anders ausgedrückt, aber es stimmt! Wir brauchen die Erinnerungen eines Toten! Seid ihr beide verrückt? Er ist verrückt! Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte... ...eigentlich wurde die Leiche schon geschändet! Das große Gehirn besitzt Infos über das Institut! Das größte wissenschaftliche Geheimnis des... Gut! Ich werde sehen, was ich tun kann! Könntest du das wie Dr. Frankenstein sagen? Behol mir das Gehirn, Igor! Nein, kann ich nicht! Also, hast du... Das hier... Was ist das? Das ist kein Gehirn! Das ist... Warte mal! Das ist der Hippocampus! Und was hängt da dran? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor! Überrascht mich nicht! Gesteuert! Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut! Rede weiter! Mr. Valentine ist ein Sünd der älteren Generation! Aber dank der ähnlichen Architektur... Das ist allerdings unglaublich riskant! Keine Sorge, Amari! Meine Garantie ist sowieso schon lange abgelaufen! Ja! Als nächstes schließen wir dich an einem Toast an! Schön, dass du selbst dann Witze auf meine Koste machen kannst. Wenn du dir aufscht, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich klappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Die kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das ergibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein Letz... Oh. Ey, ich hab ein Robocop, ich hab ein Spiel. Ich hab ein Spiel. Ja, das heißt. Sag mir, dass du eine Lü... Mal nachdenken. Die Verschlüsselung ist... Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Meme-Modelle und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Yay! Und ich join der Lobby, ne? Gut. Diesmal nicht sarkastisch. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ne. Das haben sie ernsthaft geschafft, dass ich aus der Busse rauskomme. Wenn da gleich jemand in meinem Anzug drin ist. Bitte warten Sie. Warum höre ich das nur rechts? Gott. Ach, weil sie links steht. Hey. Na klar. Jetzt würde ich mein Headset einfach umdrehen, dann ist... Mikro irgendwie... Ne, geht nicht. Oh. Ach, ist nett. Ja. Ach, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Hm. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Gut. Da. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Verrückt. Das ist aber geil gemacht, muss ich sagen. Na, ich bin mal in einem Neuro-Weltraum. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Hm. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ne. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Ach, hier ist der Vater. Aber sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr Aufschläger entbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Radar-Banden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Will da rumgucken. Ich weiß nicht, was man mal an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Oh, wer weiß. Das ist ein Witz. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher. Wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schicke dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich gehe raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiebeln gestellt? Hör zu, Conny. Die RNK ist cool. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Dein Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, ist das wehres Gebäsch. Das einzige, was dich in dieser Welt beschützt, wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Ne. Ein bisschen. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Warum sollst du die mir weiterhelfen? Ach ja. Ist abgehauen. Und dann wahrscheinlich zum Institut gehören. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Oh, das ist ein Kind. So wichtig ist das nicht. Nur weil die Vergangenheit mit dem Vergleich, was danach kommt. Der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Das war das Schlimmste, das hier je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Haft geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, andere umzubringen. Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Ach, die Brücke. Darum geht es. San Francisco war meine Chance für einen Neuanfang. Du warst in San Francisco? Ich war der Größte. Der Bevolver Hild aus dem Haft. Wo spielt das Spielwort? Der Hild zu Füßen lag. Jeder wusste, dass ich Wald des umgelegt hatte. Und so standen mir in der Stadt alle Türen offen. Eine ganze Weile lief es richtig gut. Aber dann... Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der R&K gibt es sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich unerfalt. Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe. Dann bekommst du alles, was du hast. War wohl kurz vor dem Institut, ne? Sie können marry up. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Das stimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche habe. Ach komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich hier nur umstehen und böse gucken. Dann haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Hör zu. Es wird bestimmt schön hier. Hier. Damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Ich weiß nicht. Was sind wir jetzt beigesteckt? Ich werde bestimmt sehr glücklich werden. Ja, das werden wir. Du wirst sehen. Die nächste Erinnerung wird sein. Schon gut. Ich nehme sie. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Ei, ei. Uiuiui. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Nur, dass du's weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Ich verbinde dich. Das ist eine Familie, wurde umgebracht. Tja. Krieg ist schrecklich. Und somit auch die Nachkriegszeit. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Ich achtete nicht darauf, wohin es mich verschlug. Meistens ging es ostwärts. Vielleicht wollte ich so weit weg von San Francisco wie möglich. Ha. Das ist eine coole Bande. Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte. Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Hm. Bargeber noch. Ich weiß von früher nicht mehr viel. Irgendwie vermischt sich alles. Aber es gab fast immer eine Bar. Überall das selber. Du kümmerst dich um die Probleme an. Sieht echt cool aus. Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist. Ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollte denn tot sehen? Also, es geht um folgendes. Schicker Bad. Du bist die Familie. Ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Inwiefern kommen wir der Sache näher? Ich suche das Institut. Oder waren das Leute vom Institut? Nein. Nein. Ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen. Mit. Die ersten Sins waren nicht allzu beeindruckend. Ich bin gut. Aber so gut nun auch wieder. Das Institut stellt jedoch einen nach dem anderen her. Ob es heute auch umbewegen sich weiter. Sie gehen es mal ein bisschen besser. Sie sind mir immer noch unheimlich. Aber wer mit dem Institut arbeiten will, muss sich an sie gewöhnen. Es gab alle möglichen Gerüchte über das Institut. Aber mir war schnell klar, dass es oft einfach als Buhmann herhalten musste, wenn immer etwas Schlimmes passierte. Es existierte, ja. Aber die Leute dort hatten keine Ahnung von der Arbeit an der Oberfläche. Sie verließen sich bei allem auf ihre Sins. Sie hatten die Mittel, die ich brauchte. Und ich hatte das Wissen, was sie brauchten. Wir hatten ein dauerhaftes Arrangement, was mir gut in den Kram passte. Und dann kam ich ins Kamerl. Ich hatte irgendwie alles gesehen. Und ich hatte mich mit allem abgefunden. Ich war nicht so dumm, mich noch einmal anderen Menschen anzuvertrauen. Dumm. Für mich hieß es, ich gegen die Welt. Und die Welt hatte es verdient. Wenn wir gestört haben, das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Hol die Feldman raus. Wenn ich für sie arbeite, sind sie ihr problemlos. Und so wie ich das sehe, könnten sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, sie haben ihre Nagel nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Hat er die Kippe da reingeklemmt. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Das Häft. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Oh ja. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Es gehört das Hirn aus. Manuelle Steuerung initiiert. Nein. Bitte schlaf. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn sie etwas brauchten, dann kamen sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei ist. Da bin ich ja. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Wache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgeteilt wurde. Geirrt. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Instituts Arschlöcher bald ausfinden werden, was ihnen blöd. Wenn er mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht langer für ihn verkriechen können. Ich finde, es ist mir cool gelungen. Die Vault-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Loks. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir, Befehle zu erhalten. Tja. Aber sie brauchten mich. Mach was. Was ist das für das Ding, das klar war? Hm. An die kann ich mich schon mal gar nicht erinnern. Das ist der. Da. Mach sie auf. Ha. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen mein Schor nicht. Verdammt. Wo den Jungen daraus sind, dafür schritten wir. Immerhin haben wir noch einen Ersatz. Kälteschlaf-Sequenz eingeleitet. Hm. Tja. Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen. Okay. Alles in Ordnung. Die lebten ja auch noch alle. Ha. So, jetzt müsste man die letzte Erinnerung noch mal kommen, oder? Ja. Ja. Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Will er anhand des Entwicklungen des Kindes die Sins perfektionieren, oder sowas? Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Tja, also er ist zumindest was älter, war ja. Aber es führt keinen Weg zurück. Meine Theorie teilrichtig. Ich weiß nicht, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Hm. Der Krieg. Der Krieg bleibt immer gleich. Ja, und? Kellogg. Ah. Schon gut. Wana. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wird aber so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Berger. Hm. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Und so was sagt er vor allem so. Das ist ein Sinn. X688 bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mach's gut. Ha. Cool. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du so weit bist. Hm. Ha. Gut. Haben wir doch das Rätsel gelöst, ha? Die können sich teleportieren, die Cheater. So dreckst du fliehen, kannst nicht rennen. Ja, ja, ja. Das kennt man doch. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Ach, darum bleib ich stehen. Wie fühlst du dich? Och. Normal. Mir geht's gut, Doktor. Gut, aber ich möchte dich gern selbst im Auge behalten. Kannst du schon über das Rätsel... Hm. Es gibt mehr als eine Person, die etwas über das Institut... Ich wusste nicht, dass Institutswissenschaftler desertieren können. Das... Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann... Ha. Deswegen ist er das perfekte Versteck. Wo ist er dort? Er möchte es dem Institut... Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres als Schild, oder... Wissenschaftlerin, ja. ...abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können. In Ordnung? Oh, ich geh da einfach nackt rein. Drück mir die Daumen, dass ich super... Ich weiß, dass das ein Witz war. Aber als Arzt muss ich dich darauf hinweisen, dass unbeschützter Kontakt... Also finde eine Möglichkeit, dass alles... Übrigens... Habe ich zuerst Mr. Valentine gedacht. Und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben. Gefährliche Gedanken. Wuh! Level 22. Das leuchtende Meer. Finde Virgil im leuchtenden Meer. Und ich will mal gucken, wo das ist. Da ist das leuchtende Meer. Hier habe ich sowieso ne Quest. Das ist aber auch sehr weit südlich. Davor werde ich auf jeden Fall nemen Quest machen müssen. Das ist ein bisschen zu high level für mich. So, ich kann wieder neun Skill... 11. Naja, das ist jetzt nebensichtlich, mache ich gleich. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand, das war eine relativ gute Nebenquist. Also, hat auch immer Spaß gemacht. Ach, Hauptquest. Das war eine interessante Hauptquest. Ich muss schon sagen, also, die Story gefällt mir vom Spiel richtig gut. Und es sind halt auch viele neue Sachen dabei, die es spannend halten. Gut, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.